Deine Lieblingspizza, was muss rauf? Bruder, ich sag euch ehrlich, Thunfisch liebe ich, schön mit Zwiebeln, viel Käse und Mais. Thunfischpizza mit Mais und dick Zwiebeln und viel Käse, das ist geil. Was ich auch sehr mag, ist Burrata-Pizza. Also einfach Margherita mit Fettkäse. Und dann so eine Burrata in der Mitte so verteilt auf der Pizza. Feierabend. Feierabend. Boah, ich schwöre, mein Mund läuft gerade Wasser zusammen. Thunfisch, Spinat und Bokuli, Bayern. Boah, auch geil. Auch sehr, sehr geil. Thunfisch, das ist der Mann, wo ich denn folgen muss. Thunfisch, da geht's rejoer. Untertitelung des ZDF, 2020